War mir so wunderbar, dass ich im Traum sogar noch immer tanze, tanze, tanze. Heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht und heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht, heute Nacht und Nacht. Und alsbald verdauern wir denn den Regen der himmlischen Erschore, die Garten Gott verstrofen. Wie steht es denn mit Liebe, Ehe, Kinder, Familiengründung? Was schwebt Ihnen da denn zuvor? Wenn der Richtige kommt, hätte ich natürlich gerne Familie und auch Kinder später. Das muss jetzt noch nicht sein, aber mal sehen. Ich meine, sag niemals nie. Ihre Auftritte sind Augenweide und Kunstgenuss zugleich. Emsig und zielstrebig arbeitete die ehrgeizige Künstlerin an ihrer Perfektion. Unaufhaltsam und steil verlief ihre bisherige Karriere über eine ansehnliche Reihe von Musiktheatern, Opern und Konzerthäusern. Die Kritik feierte sie als Deutschlands talentierteste Koloratursopranistin. Ich freue mich, es läuft wunderbar. Ja, Diana, da kann ich mich nur anschließen und alles Gute wünschen. Toi, 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 wie man in der Branche sagt. Ich freue mich wahnsinnig. Ich freue mich, weil meine Günzburger mich auch und meine Karriere immer verfolgen. Und ein italienischer Abend in Günzburg hoffentlich bei italienischem Wetter wird eine tolle Sache. Und so bot sich der große, stimmungsvolle italienische Abend dar. Einer ganzen Sonderseite hat die Günzburger Zeitung gebührend und ausführlich berichtet. Günzburg erlebte seine Diana mit einem super Auftritt zu Hause. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020